Gucken werft genau ich werde erst mal runter geboxt was ist denn das für eine Logie das rotz Hey Leute hier kommt zu einer neuen Folge Minecraft Survival Games Joa ich hab's richtig ausgesprochen ich hab jetzt schon begrüßt weil jetzt hier nur noch 10 Sekunden Countdown ist Ich spiel mit ML ich spiel aber nicht im Team wahrscheinlich Wir werden einfach random rennen weil wir im Team immer scheiße sind Und werden gucken werft genau ich werde erst mal runter geboxt was ist denn das für eine Logie das rotz Entschuldigung aber ich musste mich schon wieder mega aufregen Alter so fängt die Aufnahme perfekt an erstmal runtergeschubbt werden ne So dass man gar nicht mehr die Kisten erreichen kann aber ein Glück ist das hier eine gute Map auf der ich einigermaßen gut spielen kann Ich hab zwei ähm Lederschuhe hätte ich dir jetzt eins geben können hätten wir im Team gespielt aber spielen wir nicht Weil ähm also wir wenn wir uns sehen töten wir uns jetzt nicht Ähm aber wir spielen jetzt nicht von Anfang an auf Team vielleicht ist das gar nicht mal so unclever Ich bin mich klar clever hahaha Falls wer lustige Taschenbücher kennt weiß jetzt Jetzt hab ich zwei holen hier 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 hey hey Ich hab dich gefunden Ja Ähm Ähm Geil voll lustig dass wir uns jetzt getroffen haben Vor allem ich sag noch so vielleicht ist das gar nicht so unclever und dann Spielen wir jetzt im Team oder nicht Vorsicht da ist jemand den holen wir uns Den klatschen wir den klatschen wir Der klatscht mich Alter wieso bin ich so scheiße ich hab in den letzten zwei Tagen nur die scheiße gespielt Der klatschen hat mich auch äh getötet Wir sehen uns gleich in der nächsten Runde alter das kann nicht sein Bei 64er hallo ich bin bei 64er Survival Games dritter geworden Im first try ja also ich hab nicht einmal das gespielt So Leute wir sind jetzt zurück ihr habt das jetzt eben gesehen ich hab das einfach reingemacht Wir machen das gleiche wie eben wir versuchen randomness ähm zu machen Randomness Genau wie läuft das nur Essen in der Kiste Hier hat man übrigens am Anfang immer eine Speed Potion was Den Start natürlich ein bisschen schneller macht aber auch ein bisschen manchmal nervt Wenn man jetzt gerade vorher auf Gommel HD gespielt hat Natürlich brennt hier erstmal ein Wichser und wenn der mich jetzt angebrannt hätte Wär ich ausgerastet Mini Bonsai Ach du bist hast du eben gebrannt Mini Bonsai Du bist hinterher Du hast nicht gebrannt Ne ich hab nicht gebrannt Du bist doch sonst immer der Brenner Ah Ne Kiste Zwei Goldäpfel Bist du überhaupt in meiner Nähe Naja egal Achtung ich würde Ne ich bin da ins Wasser gehüpft Ich wurde grad glaube ich angegriffen und dann bin ich gehüpft Ah ich seh dich ich komm zu dir ich komm zu dir Warte ich Ja ich hol mir den Tempel da drüben mal Ich komme gleich mit Hey den kann man super verteidigen Ich komme zu dir Weil sonst werde ich gleich gefickt Ich komm zum Tempel Bitte Okay Lasst mich überleben Leute Ich hab zwei Goldäpfel also ich könnte dir einen abgeben Ich hab ne Kappe ich hab ne Kappe für dich Achtung hier sind miese Fallen Hier ist ein Ach Essen ich hab schon genug Essen Hier ist ein Enchantment Table Ich hab nen Kompass für dich Ich hab drei Goldene Äpfel Hier ist ein Braustand Und ein Enchantment Table okay Ich hab drei Goldene Äpfel ich kann dir einen abgeben Uh Lecker Eine Bibliothek Lecker Schmeckl Eine Bibliothek Dann krieg ich hier eine Metallvergiftung Eisenvergiftung Ah hier hallo Ja Brauchst du Essen Äh Ja ein goldener Apfel wär nicht schlecht Aber mehr brauch ich jetzt auch nicht Ich hab ne Ofenkartoffel und zwei normale Öpfel Ich war hier fast überall schon Wo hast du grad in Skywarn geschrieben Oh komm hierher Bist du bei mir Siehst du mich Warte ich hab grad viel Zeug gefunden Ja komm mal zu mir Ja ich Ich hab nur so ein Holzschwerter Hast du zwei Holzschwerter Siehst du mich Komm zu mir Nee nur eins Siehst du mich Komm her Komm zu mir Falsche Richtung Ah da bist du Achso hier Ich hab noch Kompass für dich Wenn du rechts klickst siehst du Wie weit dein Gegner entfernt ist Es ist gut falls wir uns verlieren sollten Ähm Hier rechts erstmal ne Kiste snacken Noch ein Gold Apfel Und ne Eisenbrustschutz Dings aber Eisenbrustschützer Aber bringt mir nicht viel Weil Ich noch kein Schwert hab um mich zu verteidigen Aber ich will den jetzt behalten weil sonst Bin ich gleich tot Wenn mich jemand Komm hier lass hier drüben auf das andere Schiff gehen Wieso nicht Ich meine Lass uns das Ja wir sind in der Bibliothek oder was das sein soll sicherer Ja aber da sind keine Kisten mehr Hallo ich brauche ein Schwert Noch zwei Äpfel Achso Sind hier krass Wie viele Gold Äpfel denn Ein Pfeil hast du einen Bogen Ne Ich hab fünf Gold Äpfel jetzt Fünf Gold Äpfel Also sechs Gold Äpfel habe ich jetzt gefunden Gefunden Was geht hier los Sechs Gold Äpfel aber kein Ja aber ich hab kein verficktes Schwert alter Das ist richtig schade Warum du hast doch ein Holzschwert Ich hab kein Holzschwert Ach deine Küste Das ist ein Holzstock Mit dem Stock kann ich schlecht was erreichen Der macht nämlich gelaufen Schlauchst du ne Hose Ne ich hab ne Hose Ich hab ne Eisenhose Ist hier nichts mehr Ist hier nichts mehr Ist hier nichts mehr Kann man hier nicht irgendwo hochklettern War ist das schon Bekommt man vom Hühnchen Von dem rohen auch ne Fleischvergiftung In Minecraft Von rohen Hühnchen ja Nein da bekommt man Hunger Da verlierst du mehr Essen Aber nicht bei jedem Also das ist ne Wahrscheinlichkeit von einem Drittel glaube ich Also wenn du dreihindig rein stoppst Hast du das hundertprozentig Oh du siehst so geil aus Mit deinem sexy Skin Das ist auch gut Tut mir leid dass ich hier wenig ähm Moderieren kann Labern kann Was auch immer da drüben ist Ne Kiste Die wurde bestimmt schon gesnackt Ich guck aber trotzdem mal Weil ich würde gerne ein Holzsch- Holzschwert Wieso ist hier ne Wand Alter ich hab Kuchen Hast du ein Brauchst du ein Goldschutz Beinschutz Ähm Ich hab Kettenschutz Ne das ist genauso gut Dann brauchst du es nicht okay Komm Ah ich hab ein Holzschwert Wieso rüste ich das eigentlich nicht aus Warte ich such da mal schnell das Haus Ich hab ein Holzschwert und rüste es nicht aus Okay Jetzt hab ich auch Ketten Aber es bringt mir nicht viel Weil ich schon Ähm Weil ich schon Eisenschutz habe und das viel besser ist Achso meine Haare sind dort übrigens nicht so Nicht sogar Nicht sogar Nicht sogar Also nicht so normal Lauf 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 Wieso Weil ich glaub da oben grad ne Falle aktiviert habe Auf alle Fälle ist da irgendwo äh Entweder ein Grafik-Bug gewesen oder Es war Lava Lava Oh Goldschwert Lava Goldschwert Ja ich hab ein Goldschwert Ja ich hab ein Goldschwert Aber das hat genauso viel Angriffsstärke wie die anderen auch Hm Hältst Oh ich hab ein Bogen Ja Ja ich hab ein Bogen Warte ich geb dir meine Pfeile Wo bist du denn Wo bist du denn Ich hab ein Bogen Deswegen Bist du in der Stadt da Ne ne ich bin hier bei diesen Grauen Bäumen So Welche grauen Bäume Graue Bäume Wo bist du Tschernobyl Was ist mit Tschernobyl Ja weil du graue Bäume in der Nähe hast Hey da ist noch so ein riesiges ähm Schloss Oh nö jetzt kann ich wieder keine Kisten öffnen außer mit einer Hand Alter das kotzt einen an Jetzt hab ich glaub ich mein Spinnennetz verbraten Weil natürlich garantiert Nö ich kein Problem Ich hab genug Spinnennetz Ich bin nämlich ne Spinnne Ne Spinnne Spinne Spinne Eine Spinnie Ne Spinn sini Na hi haaaha Noch ein hässliches Gesicht Hab noch ein hässliches Face dabei in die äh Facecam gemacht Genau so muss ein gutes Display aussehen sehen. Die Microflip-Faces sind ja einmal zu random, sagen sie. Aber bei mir ist es lustig, weil manchmal bin ich gut und manchmal feil ich, weil ich... Oh, ich sehe ihn. Ich fick ihn mal. Oder er fickt mich. Ich fick ihn mal. Siehst du mich? Ich werde gefickt. Ich werde gefickt. Ich werde gefickt. Ich hab fünf Goldäpfel. Wieso hab ich mir die nicht reingefressen? Nein, er hat mich mit dem Bogen erlegt. Mann, ich bin so bescheuert. Ich hatte fünf Goldäpfel. Ich hasse mein Leben. Ich vergesse das immer. Och, Mann. Wir sehen uns gleich in der nächsten Runde wieder. Ich meine, ich erst zehn Minuten aufhören. Okay, es geht weiter. Was würdest du gerade sagen, ML? Da sieht man gar nicht bei dem Jump'n'Rom, wo man hinbrennt. Nein, aber ein Schwert. Oh, Mann, ich hab nichts gekriegt. Okay, lass mich wegrennen. Ich habe eine Küste komplett ausgeräumt mit Goldhelm und alles. So. Ich hab jetzt nicht sonderlich viel. Aber ich hoffe, es wird reichen. Ich bin übrigens noch fast am Sporn. Wir sind so ein Haus. In das Haus, wo man ungespielt reingeht. Und das mache ich nicht, weil ich ein ungespielt Kiddy bin. Eisenschuss, Eisenbrustpanzer. Ja. Jetzt, ich hab zwar nur ein Dingsschwert, aber immerhin besser als irgendwas anderes. Oh, ich geh zu meinem Lieblingshaus, Leute. Zack, ich werd total angegriffen. Nein, der sieht, dass ich einen Goldhelm habe. Was? Hast du eben gesagt? Ich hab dich nicht... Ich werd total angegriffen. Und falls ihr denkt, Leute, das hier ist eine Falle, habt ihr euch geirrt. So. Ich tracke mal hier kurz. Nein, ich bin tot. Tracker. Okay, ich schuze dich mal. Der hat jetzt meinen Goldhelm, das Arsch. Nein, der hätte gar keine Waffe gehabt. Den hätte ich weggeschlagen. Nein. Wieso hat der dich getötet? Weil ich nicht mal gesehen habe, dass ich einen Goldhelm und Lederstübel am Anfang gleich hatte. Hahaha. Oh. Das ist mir natürlich gleich am Anfang voll overpowered. Ah, das war jetzt nicht so gut von mir. Ach so, du bist bei dir erformt da oder irgendwo... Äh, du kannst dich mit dem Kompass zu mir hin pp'n. Aber ich versuche jetzt hier noch alleine was zu reißen. Die Folge geht auch schon 15 Minuten. Ich möchte ungern 20 Minuten hochladen mit meinem Internet und auch ungern 20 Minuten rendern. Deswegen versuche ich jetzt hier noch ein bisschen Speed was zu erreichen. Ich weiß auch schon noch... Ich weiß auch schon, wo ich hochgehen werde. Einfach nur aus dem Prinzip, äh, ich denke, die anderen Kisten holt sich schon jemand. Und dann werde ich hier diesen schönen Berg hochgehen. Weil... Ich schon weiß, wo ich hin nicht gehe. Ich tue meinen Weg. Dieser Weg ist vielleicht ein bisschen schwer, aber man kann drei Kisten... Vorsicht, vor dir kommt hier... Vorsicht, äh, vor dir kommt eine Kiste. Ja, ja, ich weiß. Okay, ich schaue jetzt mal, wie hoch das Wolken dachten. Steinschwert. Deswegen. Deswegen. Diese Kisten sind manchmal schön überpowered. Ich sehe dich immer noch aus dem Hümmel raus. Du musst die Wolken ausschalten. Ich sehe dich auch, äh, mit Wolken. Noch relativ gut. Ah, da oben ist das Ding. Das wird ein kleiner Umweg. Aber, wenn da eine OP-Kiste drin ist, dann feiere ich mich immer. Also, manche Kisten sind ja OP, wenn da schon ein Eisenbrustpanzer und ein Eisenhose ist. Ach so, nee, hier war ja keine Kiste. Scheiße. Das war nur so ein kleiner Bug. Den haben sie vergessen beim Map erstellen, hier wegzumachen. Also, der ist nicht bei, äh, Hive ist der schon weggemacht, aber hier ist er noch nicht weggemacht. Aber, kein Problemchen. Falls jemand vom DustMC hier, Dings, Serverteam zuguckt, denke ich, kann ich mir ja erklären, äh, kann ich mir mal sagen, ob er das mal wegmachen kann. Aber ich denke, so, so fame bin ich, so fame bin ich nicht. Was? Ein Team. Da, da hat gerade, ja, äh, nein, das war kein Team. Sergeant Apfel hat gerade, äh, Leser wurde von Sergeant Apfel getötet. Oh mein. Oh nein, da ist ein Dierschwert. Der Sergeant Apfel hat es einfach gelassen, da an der Bahnstation ist ein Dierschwert. Dierschwert. Ja, ein Dierschwert. Bogen und Goldschuhe und ein Dierschwert. Mann, aber ich bin die ganze Map davon entfernt. Nein, Sergeant Apfel hat es gesehen, dass da ein Dierschwert ist. Fuck. Denkst du, er hätte es nicht gesehen? Wer hat das Dierschwert gefunden? Du bist sowas von Tod, Alter. Aber da liegen noch genug Waffen rum am Bahngleis. War das hier? Da liegen lauter Schwerte rum. Wo waren die scheiß Höhle, Alter? Bin ich, äh, bin ich, äh, psychisch krank oder? ML, kannst du mir nicht mal ghosten bitte und sagen, wo diese scheiß Höhle ist? Okay. Ich ghost mal schnell. War die weiter unten? Äh, ich schau grad. Äh, nee, die kommt jetzt da gerade, da drüben. Nee, hintere, hinterlaufen. Entgegengesetzte Richtung, da wo du entlang gelaufen bist. Da kommt so ein... Da ist eine Höhle, ja, aber da war ich ja schon drin. Ich such die andere Höhle. Okay. Ich geh jetzt einfach radikal von der anderen Seite. Aber da ist eine Höhle mit zwei, ähm, Küsten, also. Ach, da ist noch eine Höhle? Ja, ich meine die. So eine richtige Berghöhle ist da? Natürlich ist hier keine Kiste drin, wollt ihr mich verarschen? Zwei Eisen in einer Kiste! Was geht hier los? Aber kein Stock, ich hab keinen Stock. Vielleicht ist da oben ein Stock drin, dann hab ich noch eine Chance. Deathmatch wird erst in 25 Minuten gestartet, außer... Das find ich voll krank. Nein! Nein! Dieser Chargent-Apfel, dieser Wichser! Oh, nee! Du sagst mir aber auch nicht, dass der hinter mir ist, ne? Du lachst ja einfach mal. Ich hab's ja nicht gesehen, ich hab in der Höhle gescoutet. Mann, Junge. Ich war so gut. Ich würd sagen, das war's mit dieser Folge. Ähm, Survival Games. Ähm, schaltet auch mal, guckt euch auch... Guckt euch mal... Guckt auch mal auf dem MLS-Kanal vorbei. MLS-Zocki. Der ist so ein kleiner Suchti, der lieber gerne zockt, anstatt YouTube Videos zu machen. Aber trotzdem irgendwie 50 Abonnenten hat. Was ich nicht verstehe, aber egal. Ähm, hallo, liebe... Was steht da? Hallo, liebe YouTuber und YouTuberinnen. Ich bin Ardi. Ich rieche gut. Na, ihr Nudeln? Alter, was machen die hier? Hey, Leute, was geht? Alter, wo liest du das ganze Zeug? Hier sind... Redstone... Alter, hier haben die... Ey, Gesichter von YouTubern hingemacht. Das ist voll lustig. Ist das auf der ganzen Map oder ist das nur da? Ach so, da meinst du. Ach, nee, da meinst du. Haben sie Taddle sein Skin gemacht? Ja, und hier haben sie zensiert gemacht. Das ist Katie's Skin und... Und gespielt, Kind. Das ist auf jeden Fall lustig. Ähm. Ja, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Schaltet auch beim nächsten Part wieder ein. Wenn es euch gefallen hat, es gibt sogar keine Parts. In der Videobeschreibung ist der Link zum Uploadplan, damit ihr seht, wann die nächste Folge Minecraft kommt. Weil ihr Minecraft sucht die Zeit. Und weil ihr in der Scandise sucht die Zeit, kommt die nächste Nintendo-Folge bestimmt schon morgen. Ähm, schreibt in den Kommentaren, wie ihr es gefällt. Ob ich mehr von diesen Spielmodus machen soll oder ob ich in anderen PvP-Spielmodus machen soll. Schreibt das bitte in die Kommentare, das würde mir wieder weiterhelfen. Und dann würde ich euch freuen, wenn ihr mehr Videos bekommt, die euch ansprechen. Wenn ihr jetzt sagt, zum Beispiel, ich soll mehr One and Shimmer wieder machen, weil ich da mehr Skills habe. Dann mache ich das natürlich auch für euch. Also, bis dann, Leute. Haut rein, Leute. Schaut. Ähm, 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 äh, sagt auch Tschüssi und Tschüssi! Tschüssi! Und ich spreche viel zu schnell. Ich sollte, ähm, Übersetzer werden. Tschüss! 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 Tschüss!